So, ich hatte so einen schönen Opener für die YouTube-Folge, jetzt habe ich den Opener gelöscht und habe jetzt nochmal die Aufnahme gestartet, weil wir gerade im Dialog Englisch hatten. Aber es liegt anscheinend wohl am Dialog an der Stelle hier. Ich werde mal ganz kurz... Na, ist doch jemand anders hier, den ich kurz anquatschen kann. Also, Sprachausgabe ist ja generell Englisch, aber selbst Untertitel war in Englisch. Scheint wirklich nur ein Fehler in dem einen Dialog hier zu sein. Okay, müssen wir das mal ganz kurz geistig innehalten. So, ich lasse natürlich meine Kollegin reden. Ich bin ein Geistig, nicht ein Geistig, nicht ein Geistig. Ich bin nicht von dir, du Respekt? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich werde die Istik mit dir sprechen. Und ich werde entscheiden, was du Respekt hast. Leise, ist es? Okay, und bitte. Mein Arbeit ist ein wichtiges Import. Wir tragen Geistig, Tadpoles, und haben so für viele Tage. Aber wir zeigen keine Symptome. Wir müssen in die Zathisk. Sie sind infectiert, aber nicht zeigen, dass Sie keine Signen von Cerebral Impairnissen haben. Faszinierend. Was wird der Satisk tun? Das ist das Gerät, was hinten stand, was ich schon mal antatschen wollte, letzte Folge. Es wird es wert, ich versuche Sie. Auch Githyanki ist das Aethisk. Du bist sehr glücklich, ist es. Indolence breeds madness. Watch your back. Ich glaube, Wraith. Let's be quick. Let's get going. Das ist ein Freundlich-looking Schadow. Ich muss immer Ihren Blick ein bisschen abwenden. Hier ist noch ein Gedankenschinder. Exemplar. Fällt doch gar nicht auf, da ich mehrere aus Ihrem Kranken, aus Ihrem Krankenzimmer gestohlen habe schon. Hä, wo sind meine ganzen Gedankenschinn-Exemplare? Äh, geh du meinen das Ding. Vielleicht hat der Erfolg. Darf ich vielleicht erst mal Nachforschung anstellen? Ja, dann geht's. Er wäre bestimmt umgebracht dabei. Du musst fokussieren auf den Parasite. An Unseen Blade cleaves your mind in two. Impossible pain seers your bones and body in concert with Laizelle's. The Aethisk psionic forces batter Laizelle's thoughts. There is no chance she will survive this unscathed. Ja, dass er. Llygann zht. Ripp und Rupture. Ist das Purification? Ist das die Kürze? 30! Wer kann hier überhaupt nicht hinkommen? Flakith! Perch me of this Blight! You share in Lazell's agony. Every cell within her skull bursts into a constellation of fragments, sorted and reassembled. Lazell will die if she remains. Yes, child. Jamar, Zalab, Flakith, call to your queen! My queen! Hear me! That thing's killing her! Your vision narrows. You sense myriad spectres of Githyanki past. This is their fate. This is their anguish. This will not be easier for me to go to the device. The pain is too great. The visions flicker, but refuse to come into focus. I am becoming cure! Lasikas! 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 Yes, child. Face her will. Your marrow quakes within your bones. Behind the pain and use, sensation rises. Power. Oh, es kann doch nicht wahr sein. Was sind das hier für Würfe? Schwierigkeit ist gerade 30, da habe ich eigentlich überhaupt keine Chance. Der ist mit Buffs. Der Gewicht des Astralsees zerbreitet dein Geist und Geist. Enough! Ich habe ganz lange das Gefühl gehabt, vielleicht klappt, vielleicht platzt gleich ihr Kopf. Das Parasite! Ich fühle es immer noch! Ich bin Githyanki und ich werde nicht Geig sein! Ich bin Githy, mein Leben! Geht! Und sie leben! Und so ist sie. Und so ist sie Parasite. Es ist etwas in ihre Sprache, das geht außerhalb von Rage. Wunderschöne, vielleicht? Oder Regret? Whatever es ist, du kann es nicht identifieren. Was ist das? Also das ganze Abenteuer war ein Symptom von ihren WDR? Wahnsinn. Ich bin entspricht, dass wir nicht es hier mussten. Es wäre ein Besonderes Speck. In jedem Fall, das Problem ist geschlossen. Na ja. Weil sie sich dann in Grätsch zu schaffen machen können. Weil sie sich dann in Grätsch zu schaffen machen können. Tja. Unsere Parasiten müssen sehr ungewöhnlich sein. Tja. Ein guter Zeitpunkt, sich an weiteren Parasiten einzuverleiben. Einmal pro Zug, wenn du einen Angriffswurf ausführst, verwendet der Angriff das entsprechende Attribut des Ziels um 1. Also würde ich, äh, pfff. Ach, da komme ich noch gar nicht hin. Nein, ich werde kein Parasiten an meine Leute verschwenden. Die Macht gehört alles mir. Hier. Gehen wir zur Anführerin, die nicht hier ist. Ich würde es sehen, 15 A, am wenigsten. Ist Sticker ermöglicht, um die Berthung zu sehen? Es sind Wunderschöne Zeiten. Gehen wir hier vor. Unsere Hatchen ist schädig von Lethal-Safgarten. I do not wish to pick your remains from them Wisst ihr wo die fallen sind? Ich würde sie gerne vermeiden Und wenn ich selbst mir so einen großziehen will Ah, da ist das Ei Was wir nicht holen müssen, weil wir haben die ja Wie soll man sagen, befreit von ihrem Leben Was ist das Blut? Nein, never mind Be careful Ich kann jetzt schon sagen, dass der wahrscheinlich durch die Säure laufen wird Also meine Leute Ah ne, sie springen wirklich Alles gut, wenn es endet Ich bin hier um das Ei zu stehlen Ich habe gehört, dass ihr noch auf ein letztes Ei wartet Hm Das ist schrecklich viel Trubel für ein Ei Nein, warum hängst du denn so an dem nutzlosen Ei? Das ist schrecklich viel Trubel für ein Ei Ich möchte helfen, ich kann es in Sicherheit bringen Das ist das beste Rührei, was ich je gegessen habe Kommt drauf an, für wie viel kann ich das Ding verkaufen Hm Das ist das, was ich schrecklich hatte Aber noch Ich bin sicher, dass ihre Natur verbreitern wird, selbst wenn sie unter von weniger Spezies Ich kann nicht mehr ignorieren, dass die Kithrak-Therazin patience hat ihre Grenzen Sehr gut Hier So, damit man gegen den Säureschaden immun ist Das Ei wirkt etwas schwer Ich muss erstmal wieder ein bisschen Platz machen Hallo Lazarus Das Ei mit dem Fuß da malen Das Ei ist warm to the touch The rough shell like slate beneath your fingers Whatever is within is stirring ever so slightly A path lies before me Step carefully There's a trap Mmh 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 You've caught the egg, haven't you? Be on your way then. Before I change my mind. Fallen lassen. Kann sie tragen. Dann wird sie Mama. Na? Bitte entschärfen an der Stelle. Dankeschön. Du bist kacke. Oh, das hat mich jetzt echt eine Inspiration gekostet. Was soll's. Lauft ruhig durch die Säure. Ich muss mal eben schauen, wo ist denn mein... Welch Schuh hatte ich überhaupt an? Die mit Federfall? Ich glaube, ich habe die mit Federfall angehabt. Guten Tag, Dämon. Guten Tag, Lazarus. Schuh. 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 Misch mich einfach voll ein. Na jaa. Und hier bist du, schützendlich für die gleiche sinnvolle Mischung. Das ist, wie wir mit einem Schmerz des Schmerzes beschäftigen. oh true warriors kill quick bloody and a scream to colonel the stomach juices of laketh herself move him out of the way we've wasted enough time already you Ja, wunderschöner Moment. Ja, wunderschöner Moment. The corpse regards you lifelessly. Weak-minded, sycophantic, cruel. Everything I try not to be. Tired of killing Orpheus' better way. Lost Prince, Son of Gith. Forbidden. Hm. 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 Vor allem, was ist euch zugestoßen? Äh... Nichts? Don't touch me. Denk die Geschichte von Prinz Orpheus auf. Wir haben ein verbotenes Buch über einen gewissen Prinz Orpheus gelesen. Er hat offenbar König Vlakis herausgefault und ist der Sohn der Gith... Wenn der Junge einen Vorgeschmack auf Vlakis macht, muss ich mir ja keine Sorgen machen. Äh, ja, sie sterben. Top. Gibt solche und solche Motivationen. Nichts? Ich werde sie über den Boden. Ich werde sie über den Boden, bis jetzt. Wenn ihr in den Boden ist, möchtet euch dann, istdick. I love fighting with daggers. It's so personal. You're close enough to see the light go out behind their eyes. Did you see that? What a wimp! I'm way braver than Vaal. Werden wir sehen, wie wir nicht aufschnitzen. Hallo? Die Truhe ist einfach nur verstellt worden. Muss nicht direkt hier der Kit aus der Brille fallen. Hm. Wo kommen wir denn hier raus? Nur mal so zur Überprüfung. Wo kommen wir denn hier raus? Ja, das stimmt. Ja. Wir können ja gleich die Schnellreise einfach zurück machen. Wir haben den Schnellreisepunkt ja freigeschaltet. Okay, hier sind wir. Wir sind damals glaube ich von hier oben gekommen. Wobei das sind Holzfässer, die habe ich nicht geöffnet, aber davon ist der Durchgang, wo wir durchgegangen sind, um in die Haupthalle zu kommen. Ja. Dann zurück in die Griffe. Mal gucken, was der Händler anbietet, auch wenn ich mich beim Quartiermeister schon ein bisschen schlechter gestellt habe, weil ich seine Kiste verdreht habe. Das muss etwas wertvoll auf dieser Ebene geben, sonst wäre es gleich nicht hier. Ist das eine Lootbox? Das ist eine Truhe, wo angeblich vier Gegenstände drin sind, ohne zu schreiben, was drin ist. Das wird die Geschichte des Triggers auf 18. Angreifen plus 1. Messer des Unterbergkönigs. des Unterbergkönigs. Organe umsortieren. Der Anwender erzieht einen kritischen Treffer, wenn er eine 19 würfelt. Wenn er höchstens 2 Schaden würfelt, wird erneut gewürfelt und das höhere Ergebnis zählt. Fall des Humanoidentötens. Einmalige Verwendung. ... ... Auf deinem Weg, dann. So mein Problem ist jetzt ich glaube ich habe meinen anderen Deuch in der Kiste den ich damals noch mit benutzt hatte. Achso da kann ich es einschreiben. So Komma. Ah ne da sind die plus eins Dolche. Dolche? Ich glaube ich habe nichts anderes gehabt als Dolch. Macht nix. Nehmen wir den zweiten noch mit rein. Boah irgendwie bin ich nicht so richtig awake wach. Tut mir leid bisschen ruhiger. Wie ich schon erwähnt habe werde ich einem Mage nichts geben zum auslutschen was einfach damit zu tun hat dass ich sehen will was passiert wie lange ich den treiben kann. Schöner Bart. Schöner Bart. Was ich kann das mit ihnen sagen? Die Nachkeine Strahle haben noch nicht verloren. Ich bin sorry ich... Quiet! Find' die Astral Prison Therazen. Meine patience falters. Geltet, Chi'Rei! Du hast gehört! Geh! Geh jetzt. Sie bleiben aus zur Kithrak. Für jetzt. just ladies best be on my way be wachsame Kotisten müssen bei sich Kontakt ergriffen werden. Verhöre schnell aber effektiv suchen nach dem Artefakt gründlich. Oberste Priorität. Aber irgend... My people have scouted well beyond the temple. Oh, du hast hier Angst vor Wölfen. Du musst keine Angst haben, die tun dir nix. Aber man kann doch nicht mit entschreden. An Istik in my creche. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. The Istik is with me. So noted. But my question goes unanswered. Do you bring the weapon? Don't tell her anything. Beschreib mir die Waffe die ihr sucht. It is small, angular, metal, adorned with Tirsu's script. Stolen by true soul heretics. You sensed Shadow Hearts worry. This weapon sounds like the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Ich weiß darüber nichts. Dann stopp wasting my time, Istik! You are one of the mercenaries we engaged, are you not? Nicht ganz, ich bin hier um zu plündern. I have business to attend to. Return with the weapon or do not return at all. Hm. I presume you are not stupid enough to return empty handed. So give me the weapon now. Wow. Natürlich, ich habe ja eine Waffe, wollt ihr erst Blut darauf sehen. Euer Blut. Time is finite. As is my patience. Scheint so, als wenn ich da nichts raus bekomme. Schnellreisen von hier aus nicht möglich. Ich glaube, dass der Zeit Ist manipuliert war und sie will unbedingt den Inquisitor der Krippe informieren. Wir müssen aber weiter in die Krippe rein, wir dürfen ja nicht. Oh, die macht mich fällig, ey. Okay. Hmm. Hmm... Das ist echt scheiße. Das einzige, was ich machen kann, ist natürlich... Ja, sie töten. Oder sie bestehen. Aber das werde ich mit den Wölfen daneben wahrscheinlich nicht packen. Die Wölfe von einem Gnome. Sehr, sehr ruhig. Let's move. Leave it in the tracks. Like Andy from a gnome. Oh, man schafft es doch einfach. On my way. Jemand hatte seinen Finger in meiner Tasche. Uh... Uh... Ha ha ha. Was soll ich mit den anderen Leuten Kleingeld? Was soll ich mit den anderen Leuten Kleingeld? Was soll ich mit den anderen? Oh... 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 Bei dem ich angesprochen hat, glaube ich, in dem Moment. Ah... Es klappt wieder mal alles super hier, ey. Es... Kaffee. Oh... Come here. If not over, then through. Alright, what now? Oh, not a sound. Better make my next move. Let's get on with it. Oh, enough waiting. I crave blood. Shall we? I think, that's the wrong moment. I have just saved it right before. Butter, I don't have to answer. My answer would only be surprised. Oh, delicious. Moving. Into the shadows. Some mild glass in here. A quick pivot. Over there. Someone's been rifling through the wrong pockets. You sense now would be a good time to clarify if that someone is you. Your honesty speaks for itself. Richtig. Jetzt geht die alle durch. You might want to allay some suspicions before things get out of hand. Oh, ich hasse es, weißt du? Nichts ist hier passiert. Die Täterin könnte immer noch in der Nähe sein. Hallo? Man kann auch der Täter sein. Okay, jetzt hat's funktioniert. Heute speichere ich auch mal wirklich häufig ab. Just when you think a place can't get any more, Omelus. Charmier. Ich will breathe easier once we're gone from here. This Inquisitor sounds like a real piece of work. Do you think he'll answer our questions? We do have a history of things going down here. But I'm sure this time will be different. Man sollte der Inquisitor nicht mit uns zusammenarbeiten. Wir haben uns immerhin hier eingeschlichen. Hm. Mein Gott. Mein Gott. Das ist etwas, das zu uns gehört. Das Wettbewerb. Gib es mir. Geh es nicht. Das Wettbewerb ist, wie ich dich protecte. Geh es. Geh nicht den Inquisitor. Da würde ich die Gedankenschön-Invasion nicht mehr zu denken geben. Was macht dich denken, dass wir nicht sind? Wir sprechen über den Grandes Design. Die Restoration des Illithid-Empires. Es ist nichts größer. Aber die Wettbewerb ist die Lösung. Ich habe es direkt von Queen Vlachith selbst. Es ist, wie wir die Mindflayern stoppen, bevor sie uns alle zerstören. Geh es zurück. Hm. Was ist denn der große Plan? Die Grandes Design ist das, was alle Geh sie suchen. Die Restoration des Illithid-Empires, die die gesamte Welt entdeckt hat. Die Umgebung des Illithid-Empires, die die Meldungen besuchten, die ihre Dominion zurückgebracht haben. Alle Plot die Hatchen haben wir berhöhnt. Aber jetzt sind sie nahe zu erzeugen. Sie können nicht mehrmals die Ceramorphosis aufhören, Sie können nicht mehrmals die Infection nicht verletmen. Sie sehen, die Thralls auf der Geh ship gesammelt. Mein Gott. Ich geb's euch aber nicht. Erinnert euch an den Scythisk. Diesen Gith kann man nicht trauen. Folgt meinem Beispiel, ich werde den rechten Pfad wählen. Ich hätte jetzt Angst, dass ich sie verliere. Your illustrious adventure ends here. Ow. 45%, wieviel Gigga sind denn? Vier. Vier. Du siehst aus wie einer der casten kann. Dann sollte ich dich auf jeden Fall mal nerven. Ich glaub, deine Waffe ist zu Boden gegangen, ne? Ja, beide. Hm. Hallo, du bist aber nicht gut gegen dein eigenes Volk. 12hp. Wir sollten das Maximum rausholen. Jeder einzelne ist 6D. Stopp. 8D6, also mini mal 8 Schaden. Das sollte also reichen für dich. Und dich können wir vielleicht auch direkt ausschalten. Da oben hat's gereicht, hier unten leider nicht. Ja. Best be on my way. Victory awaits. Das ist sehr, ganz schön. Jetzt geht's. Das ist das, was wir. Überraschung. Das ist das, was wir machen. Oder wir brauchen. Das ist das, was wir machen. Ihr schlafen. Danke Venturi für deinen Sub, vielen Dank. Hm, nur 30% Chance den zu verfluchen. Das wird mir gerade nicht helfen. So mein Freund, was machen wir denn mit dir? Ja, du bist ein bisschen angeschlagen. Hm. Hm. Ja, du bist. So, ich glaube, du lachst ja eh jetzt erstmal ein paar Runden. Hm. Macht die ganze Situation viel angenehmer mit dem Lachen Hintergrund. Also Venturi nochmal danke für die drei Jahre Support. Hm, leider Fehlschlag. Ja, du bist. 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 Ja. Ja, du bist. Ja, du bist. Ja. Was ist das? Das macht die Gedankenverbindung und ist durch psychischen Schaden verwundbar. Es wird echt für das Menü hier unten eine Sortiertaste oder ich habe sie noch nicht entdeckt. So, der war verbrannt und den habe ich glaube ich nicht mal getroffen, richtig. So, Verbindung aufgelöst. Nein. Er hat eine Gedankenverbindung mit all seinen Verbündeten gemacht. Ja, nicht nur die Verbündeten. Das war's für mich. Achso, weil du noch lebst. Das ist ja mein Fehler. Pass mal auf, wie ich unsichtbar werde. Oder auch nicht. Ah, doch. Ah, ich hasse es. 23 Schaden. Hmm. Ich habe nur noch Einsatzzauberinnen. Hm, 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 hm. Obwohl, Moment. Ja. Ich habe nur noch Einsatzzauberin. Einmal bis 3 Schaden. Ich hatte nicht so eine verlächtung. Aus der Erkrankung. Ja, ja. Ich hatte mal einen kleinen Schaden in die Schaden. Und was da ist, dass ich nicht Acht beschäftigt habe. Ich hoffe, dass die Spiegelbilder dich schützen. Bei den Sounds könnte der Nachbar denken, du schaust besondere Filme. Ja, die guten. Zwar nicht viel Schaden, aber dafür sichere Treffer. Sehr schön. Ja, es tut mir leid. Dein Todeswurf war aber erfolgreich und jetzt will wir in der Runde das hier abschließen. Können wir dich ja gleich aufheben. Ja, es tut mir leid. 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 Inquisitor Wargaz war potent. Wir sind empfohlen. Ach, die Königin. Wer genau seid ihr? Ja. Wer bin ich? Ich bin Vlachis. Die Königin des Noblesen Githyanki. Sehr regent des Sechs Arms von Tudorath. Und du? Du bekommst das, was uns ist. Aber bist du Freund? Oder bist du Tief? Ich habe nichts gestohlen. Schattenherz aber. Euch? Ich habe es gefunden. Es ist mein. Gut. Alles, was uns passiert, muss die Lich Queen nicht das Artifakt nehmen. Um etwas zu gewinnen, ist es zu wissen. Du wirst nichts wissen, was du gehst. Die Astral Prism. Es ist korrupt. Es gibt jemanden in der Mitte. Der Mind ist warped. Broken. Blut. Sie sind agenten des Grandes Designs. Sie sind für sabotage die Astral Prism. Unsere letzte Verfassung gegen den Rückweg des Illithid Empire. So lange sie leben. Die Prism wird kompromisiert. Find den in der Mitte und töten sie. Sie sind sicher. Sie sind nicht allein. Sie werden auf Ihre Hoffnung geben. Sie werden nicht glauben. Sie werden nicht glauben. Sie müssen sie akzeptieren. Sie befreit und wissen meine Außenheit. Hm. Oh, das ist sogar relativ einfach die Gedanken von der Wahr zu nehmen. Okay, knapp. Ich kann sie nicht töten, sie schützt mich vor den Absoluten. Mach das doch selbst, wenn ihr eine Göttin seid. Sie ist wirklich göttlich. Müssen wir den Kampf nochmal machen sogar. Ja. Ich bin sicher, dass ein Ort nicht mehr so gut ist. Charme. Ich werde ruhig sein, wenn wir nachher gehen. Das Inquisitor klingt wie ein wirkliches Werk. Sie denken, er wird uns fragen? Wir haben eine Geschichte von Sachen zu gehen. Aber ich bin sicher, dass das Zeit nicht anders wird. Ich dachte, die wären nur eine, also jemand, der sich aufspielt. Kann ja keiner mit rechnen, dass plötzlich das Spiel einfach beendet wird von ihr. Das kennen wir ja alle schon, deshalb überspringen wir es mal eben. Ich kann nicht, es beschützt mich. Ne, wir haben das zuerst gemacht. Wie kannst du es mit dieser Waffe, die du mit den Gedankenstellern aufnehmen? Jaja, das können wir ja alles. Krash, Yillik, mit mir, bis zu der Death. Sounds like fun. Ich bin ein Glück. Infernen, ich bin hier. Das war's für heute. Achso, das ist der Jünger. Martin ist auch okay. Blutung verteilt. Verstummt ist er durch die Waffe, die wir tragen. Das ist auch ein besserer Start so. Ich hätte gerne das Gelächter noch mal im Kampf, das hat so eine schöne Kulisse gegeben. Wir können es versuchen. Ich muss hier Schurke machen. Torment! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wir machen das mit dem Schaden. Hm. Muaah. Ich glaube, der wird kein Gelächter annehmen. Nur 20% Chance. Das hat aber nicht lange gehalten. Nur ganz kurz. Wahrscheinlich die Gedankenverbindung. Das war's für heute. Das war's für heute. Der hat einfach nicht so viel Humor wie die andere. Das war's für heute. 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 Nein, als wir gerade Nein gesagt haben, hat das Spiel geendet. Ich glaube, wir sind schon das zweite Mal hier. Deshalb wissen wir, dass du nicht Nein sagen kannst. Ja, mit wem denn sonst? Ähm, bewirkt der Träger Schallschaden, Blitzschaden oder Gleisenden Schaden, so bewirkt er zwei zu gelangen, wieder heilen. Ich habe nur falsch Nein gesagt. Jetzt machst du mich schwach. Warum müsste ich das jetzt nochmal machen? Du musst es eh 50 Mal durchspielen, um alles zu erleben. Ja. 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 Dritte Rüstung ist ziemlich teuer. Ich habe da schon häufiger drüber nachgedacht. Vor allem kann sie auf dem Stuhl nicht sitzen mit Platte. Oh, ist der nur oben rum. Das ist korrekt. Kliegt bestimmten angenehmen Nacken. Rumrum ist doch richtig. Also, ich habe noch nie einen Ritter mit Hose gesehen. Ich habe nicht mal das VOD von gestern gesehen. Ich kann dich beruhigen. Es gab gestern kein VOD, weil ich gestern nicht gestreamt habe. Kann ich mit dir noch reden? Stopp. Ach, aber ich habe dich ermordet. Ohne Scheiß, ey. Als wenn der natürlich sterben würde und dann kann ich den ausquetschen. Genauso wie mit dem Anführer hier. Durch welchen natürlichen Tod soll der denn sterben? Glaub ich, dass ich mit ihm dann reden könnte. So erschreckend er seinen Herzinfarkt bekommt. Und dann sagt er, oh, dann kann ich ja mit anderen reden. Moment, hä, habe ich das Blüte jetzt gefunden? Ich wollte eigentlich gerade nur Sachen ins Inventar packen. Ein gefälschtes Artefakt im Kloster Rosenborg war, als das Blut von Lathander getarnt. Achso. Das hier war es. Da sind drei Tropfen Blut drin. Im Bernstein. Das ist aber nicht das Richtige. Gründtag nichts Nutz. Lathander bids the setting sun a fond farewell. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Lathander blesses the rising, bountiful sun. Äh, wieso? Weißt du warum? Weil ich den Raum verlasse, wenn ich da bin. Oh, ihr wollt mich einfach nur verarschen, ne? Ach, stimmt. Oder du verkleidest dich und kannst mit dem reden. Das ist eine gute Idee. Ähnlich mal ein guter Tipp aus dem Chat. Inquisitor will... My Queen. The deathless Queen has spoken. Alex. Your choice of allies is most vexing. They do not be... Chmuck. Chmuck. Das kennen wir halt schon deshalb über... You wear that which is ours. No. I will cleanse for you, my Queen. Tell me how. Keo. And. As-chu. Not merely great, Laysal. O. Chmuck. Do not defy my Queen. Autonomie begets Konsequenzen. Use this to enter the Prism. Don't deny me. The choice as ever is yours. So, ich habe jetzt an das Nein gesagt. But let me make his eyes see beyond the Plains. Come. We must enter the Prism. Chance has come. Place the artifact. Oh no, my rage. Fuckt mich richtig ab. Die Gespräche steuert der, der die Gespräche eröffnet. So einfach ist das, wenn du zu zweit spielst. War bei Divinity auch schon so. Leute, funktioniert. Genialt. The corpse regards you lifelessly. A front, masking, the grand design. A secret used by Gith to free us of cake shackles. The inquisition to find the artifact, the astral prism. The corpse remains silent. This world is only... The spell's power... Naja. Die Leute hatten mir eh nichts zu sagen. Die Leute hatten mir ehfamily. Die Todes haben uns nicht gebaut. So, Moment. Geht auseinander und dann laufen wir nur mit Schattenherz jetzt. Wir müssen ja nichts aufmachen. Beziehungsweise nichts aufschließen oder sonst irgendwas. Wir müssen ja nur hier in die Ecke. Ich denke, das Spiel hat gedacht, ich würde den Raum verlassen. Und das findet halt Laisel nicht so schön, wenn ich den Raum einfach verlassen, ohne die Anfrage der Göttin zu berücksichtigen. Und dementsprechend möchte ich die Gruppe dann verlassen. So, das war der Religionswurf. Um rauszufinden, ob das wirklich die Träne ist. Das ist hier natürlich nicht. Also ein bisschen über das Blut. Von der Göttin hier. Ich gehe jetzt einfach nicht an die Fässer da hinten. Eine Sonne ist aber auch da vorne in der Mitte. Die Statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Assume nothing. Quickly then. Ihr macht mich fällig, ey. Don't linger. What's next? My way is first, Tiago. No time to dally. Well, hello, Dread Lightly. Ich war sicher, dass ich es in der Zeit hatte. Die Statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Ne, leider nicht so, wie man sich das gedacht hat. Vor allem haben alle verkackt. Was soll man sonst machen? Was soll man sonst machen? Dein ist Prisma. Die Stattung kommt aus der Astral prismen. Als es beginnend werden. Flower. Your mind burns hot with excitement. Wo ist denn der Kampf hier? A timeless space. Bounded, compressed in a fold. A pocket of astral plane. Boundless. Timeless. Like every dream that ever was stitched together. It is home. Naja, es ist eigentlich... Es ist eigentlich der Raum ohne Zeit, in der Son Goku trainiert hat. Wir sind alle in der Gefahrenzone. Wir können alle nicht rasten. Deshalb kriegst du auch diesen dämlichen Trank. Trank des Engelschlafs. Damit du bei allem die Cooldowns wegnehmen kannst. Imperomort. Imperomort. Ich habe wieder was aufgenommen, weil ich danach nicht wiederfinden in meinem Inventar. Hm. Achso, weil Alchemie... ... ... ... ... ... ... ... So, wir sind nicht hier rausgekommen, da müssen wir rein. Wenn es so ist, dann muss es so sein. Geh mir nicht. Geh mir nicht. Geh mir nicht. Ein Moment. Geh mir nicht. 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 Ich wollte nicht, dass ich in einen interessanten Zeit leben wollte. Aber diese Dinge haben immer interessant gewesen. Du bist derjenige, nicht wahr? Hä? Ich mag einen Fehler, dass ich dich verstanden habe. Ich glaube ich darf eine Person mitnehmen. Ich habe dir gesagt, zu weg von den Githanki. Aber du kannst dir einfach nicht helfen. Irritiert. Du bist ein wertvoller Mitglied. Hm. Ihr seid meine Erklärung schuldig. Sehr gut. Was willst du wissen? Warum befiehlt Vlackith euren Tod? Vlackith. 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 Jungsviel. Und du bist das Verhalten. Vlackith. Du bist der compe looked. Now fertig immer query. Es hat eine Sprache gemacht很 Radi. Soll das ein Trick sein? Ich habe Flarkis gesagt, dass ich euch nicht töten werde. Steht auf. Ich habe meine Hoffnung in euch, nachher. Danke. Flarkis wird furchtbar, um keine Erinnerung von eurem Githyanki-Kumpagnin zu machen. Die Lich-Queen schützt nichts mehr als die Loss ihres Empires. Das Wissen, das ich habe, von ihrer Deception, wird das überbringen. Wegen dem Prinzen wahrscheinlich. Sie ist gar nicht, die wahre Königin. Flarkis ist eine Göttin. Was könnt ihr denn wissen, dass sie den Untergang ihres Reichs herbeiführt? Die Göttin in Macht, ja. Aber mit keinem der Sanctität. Flarkis ist schützt zu ihren Menschen. Sie schützt, wie Gith zerstört das Empires Mindflayer-Empire. In Wahrheit, sie weiß nichts. Wenn der Älifid-Empire immer wieder zurückkommt, sie würden sie nicht verhindern. Und wenn ihre Leute herausfinden, sie würden sie über ihre Impotenz, sie würden mutiny, revolutionen, die Ende ihrer Regie. Beschütze meine Verbündeten. Super. Das muss ich ja doch alle abschlachten. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein paar Dinge erfahren. Unsere Königin belügt uns. Flarkis does not lie to her, Faithful. Open your mind. Show me. Your mind tingles. Laisel seeks entrance. Your thoughts become one. She sees the truth of your confrontation in an instant. Flarkis Tafkinazin. Ich sehe nur... 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 Flarkis Tafkin. Flarkis hat die fullen Macht von Tunaeraths' arms und die Covenant von der Großmutter Motha Gith. Swar. We are leaving this place now. Ah, da ist der Weg zur normalen Ebene. Wo soll denn hier noch eine Kiste sein? Ich sehe da hinten ist noch eine Treppe. Ich glaube nicht, dass ich da hinspringen kann. Ach, da ist die Kiste. Die hat wahrscheinlich irgendjemand mal vergessen hier. Hm, Silberkeich. Das war ein kurzer Ausflug. Ich finde das sehr beruhigend, wie die Skelette klackern. Endlich. Endlich. Ach so, aufgehende Sonne. Äh, im Osten geht sie auf, im Westen geht sie unter, oder? Oder genau andersrum. Ich vertue mich da leider immer wieder. Und wir haben ja hier rechts oben unseren Kompost, da muss die jetzt hier noch nach oben zeigen. Ich hab's genau verkehrt rumgesagt. Ich hab's genau verkehrt rumgesagt. Ach, ich hab's genau verkehrt rumgesagt. Toll, hat es sich übrigens total gelohnt, die Flasche zu nehmen, weil ich gedacht habe, ich müsste in irgendeiner Form kämpfen. Null. Totale Verschwendung. Voll gute Idee. Dämmerbrecher. Sind wir jetzt auf Schatzsuche hier. Kein Stress, du machst das schon. Dämmerbrecher. Ja, dass da unten die Energiequelle ist. Hm. Nochmal. Danke Grundi fürs Folgen. Verdammt, dass es nicht die richtige ist, die von der nächsten Kammer. Da hinten ist das. Und ich dachte, boah, das ist aber mal eine richtig coole Sache, dass man hier um die Ecke schießen muss, um dieses Rätsel zu lösen. Scheiße. Oh nein, nur doof. Von hier. Vor allem haben wir einen Segen bekommen übrigens, um die Krippe auszulöschen. Ich werde bestimmt nicht Schlimmes passieren, wenn wir das nehmen. Noch irgendwo eine Energiequelle. Wir haben noch dieses Gefälschte. Weil es das Gefälschte ja gar keine Fälschung, sondern das gehört ins Wappensteuerpult. An ornate mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. What? A fist-sized piece of amber flecked with crimson is set in the handle, emitting a radiance all its own. This mace must be the legendary blood of Lathander. The ambrose said to contain the blood of the Mourning Lord himself. You recall all the measures meant to keep you from reaching this place. Taking this mace would surely lead to something quite disastrous. Trotzdem nehmen, was soll schon passieren? Ja. Wenn Sie der Beste stehen. Oh, okay. Du bist dann. Da ist er. Wie wäre es, wenn ich den Knurke auskürig habe und das leiden? Überflucht den Garten zu erhöhen. Dann noch ein paar weg. Das sind vier Zügen. Ja, jetzt ist die Frage, muss ich hier drinnen kämpfen? Das sind nur 25. Und damit könnte das gehen in vier Runden. So, die sind geschützt gegen gleißendes Licht. Und nekrotisch. Und nekrotisch. Und nekrotisch. Und nekrotisch. Ja, es halbiert der Schaden. Was ist passiert? Ich glaub, der Blitz ist daneben gegangen. Ihr macht das schon. Sind ja genug Runden. Hm. Und nekrotisch. Geh mal rüber. Du machst nochmal mit dem sengenden Strahl. Weil das ist sehr effizient gewesen. Das einzige, was traurig ist, ist, dass, ähm, gerade tat ich's nur im Kopf. Machst du nur einen Schaden mit dem Bogen, weil du den nie benutzt, ne? Das ist einfach nicht deine Waffe. Ja, Feuer hilft schon ganz gut. Wo ist mein Dicker? Hm? Willst du nochmal raus gleich? Wir waren auf Form-Stream draußen. Kann sagen, dass wir gleich erstmal einen Break machen und dann sehen wir uns um 20 Uhr wieder, wenn wir dann Atlas Fallen spielen. Weiß ich, lohnt das nicht, noch einen Part anzufangen auf YouTube. Also die Gefahr wirkt jetzt nicht, äh, so kritisch. Da hätt sich die Dame mal ein bisschen mehr anstrengen können. Wo ist mein Gruppenanführer? Das war's. Oh, ich krieg die Krise bei dem Spie manchmal. Vor allem ohne Info nur alles. Oh, ich kriege die Krise bei der Krise. What's next, I wonder? Sonnenstrahl, der Vorrufungszauber der Stufe 6 versenkt alle Kreaturen im Weg. Vielleicht darf er nicht im inneren Ring stehen. Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken. Ne, da ist Feuerwand. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, klappt gut nicht. Weil es in geraden Strahl gefeuert wird, deshalb klappt das nicht. Ah, der wurde anscheinend durch den Boden gebackt. Weil diese Sequenzkampf wollen auch nicht. Wenn du ins Portal gehst, wird das ganze Gebäude zerstört. Ich denke mal, das wäre schon eine Möglichkeit. Und das hat wahrscheinlich auch meine Begleiterin nicht so toll gefunden. Wir sollen nicht so gestresst dadurch, ey, ist doch alles cool. Wer die Krippe sprengen will, der kann sich das gerne dann persönlich angucken in seinem Durchlauf. Boah, ich krieg die Krise. Ja, dann sprengen wir jetzt die Krippe. Ihr macht mich fertig, ey. Okay. Nur wohin willst du fliehen? Ich versuche das hier. Ja, ich habe gespeichert. Wir machen dann aber nachher den anderen, äh, das andere weiter. So, ich brauche ich nicht. Geht weg. Ich habe besser den Sprung deines Meisters. Oh, ich hasse es. Ah! Jetzt. Dass Kaste dir eh nur auf dich wirken kannst, nicht per Doppelklick darauf bestätigt werden. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es dafür eine Schnelltaste. Oh ja. Weee! Ja, ich weiß, ich beende den Zug gerade, du Banane. Okay, Schattenherz hat den Zug noch nicht beendet. A long way to go still. Warum auch immer. Careful, I might. Hm? At least things have stayed interesting. Ach, weißt du was? Don't touch me. Wir sind am weitesten vorne gerade. Wanna go? I'll give it a try. Ich glaube nicht, dass uns das rettet. In die Crypt zurück zu gehen. 4 Zügen sind eigentlich 40 Sekunden. Falsche Richtung, dann muss man durchs Portal fliehen. Aber soviel dazu. Kamera Perspektive war auch kaputt. So. Das ist aber das Ende der YouTube-Folge. Dann haben wir noch gesehen, wie man die gesamte Krippe zerstören kann. Da muss man wirklich durch das Portal und dann da irgendwo schaffen, wegzukommen von der Krippe. Was übrigens auch nicht so einfach ist. Da müsste man wahrscheinlich mit dem Federfall runterspringen. Aber du wirst dir da euch sparen, dich hier durchzukämpfen, wenn du die einfach komplett zerfetzt. So, dann machen wir hier morgen an der Stelle weiter. Heute Abend geht es um Atlas Fallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.